Ihr seid ja selber aus Deutschland. Ihr habt es ja von den Vorfällen erfahren? Also, wir sind ja hier zur Zeit im Urlaub in Wien und wir haben uns bei uns auf dem Schiff auf dem Fernseh geredet. Und bei ihr auf dem Eifel für uns auch ein Check-up. Wie ist das Sicherheitsgefühl jetzt, nach den Vorfällen? Fühlt man sich anders? Wir machen in Wien jetzt am Christkindmarkt unterwegs. Ich persönlich habe da eigentlich keine Einschränkungen. Also ich gehe da trotzdem hin, egal was passiert. Von daher lasse ich mich dort noch schnell weniger unterscheiden.